Was geht Leute und herzlich willkommen hier zum Ankündigung. Das große Turnier beginnt Samstag. Vieles mehr in diesem Video. Ja, ihr habt gerade gehört. Das große Turnier beginnt Samstag. Genau, wir fangen erst mal an. Wie wird, ich habe die Tage seit einer Woche so viele Insta-Fragen bekommen. Wann beginnt das Turnier? Warum war das nicht letzte Woche? Ich wollte es ja eigentlich letzte Woche machen, aber ich kam dazu nicht. Also ich hätte keine Zeit. Das war der Grund, warum es nicht letzte Woche gab. Im Hintergrund habt ihr so eng ein Gameplay von früher. Habt ihr irgendwas zu sehen? Habe ich irgendwas rausgesucht, was ich noch übrig hatte? Jetzt gut zuhören. Bitte nichts vorspulen im Video. Es ist alles wichtig, was ich dir sage. Es ist wirklich wichtig, weil wenn ihr dann irgendwas nicht falsch verstanden habt, schmeiße ich euch dann raus. Also wichtig. Gut zuhören. Ich habe mir das hier aufgeschrieben auf einen Zettel. Also, teilnehmen darf jeder. Jeder Abonnent darf teilnehmen beim Turnier. Das ist klar. Jeder darf teilnehmen. Das Ganze beginnt am Samstag. In zwei Tagen. Also heute ist Donnerstag, der 8. Am 10. beginnt das große Fortnite-Turnier. Das Ganze beginnt ab 16 Uhr. Ich dachte mir, komm, Freitag haben vielleicht die meisten noch Schule, dies und das. Samstag, das Turnier geht circa 2 Stunden bis 18 Uhr. Also merken, einen Wecker stellen. RonyTV streamt, falls die Glocke nicht geht, weil die Glocke vielleicht nicht geht und ihr keine Nachricht habt, bekommt. Wecker einstellen, 16 Uhr, das große Fortnite-Turnier. Das gibt es sehr, sehr selten auf dem Kanal. Ja, jetzt zu den Regeln und zu den Zielen, die ihr haben müsst. Ihr müsst ein paar Ziele haben, also die euer Team haben muss. Morgen, am 9. wird es noch ein Video dazu geben, da wo ich die Leute auslosen werde. Jetzt ist die Frage, wie macht man mit? Ihr müsst unter dieses Video schreiben, ich nehme teil. Und dann einfach nur schreiben, ich nehme teil und bitte auch eure PSN-Namen dahinter. Also, ich nehme teil, GTA minus bla 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 Rony. So wäre es bei mir. Ganz, ganz easy. Und ihr nehmt dann automatisch teil. Bitte nur teilnehmen, wenn ihr euch zu 1000% sicher seid, dass ihr am Samstag um 16 Uhr bis circa 2 Stunden dabei sein könnt. Weil, kann dann sein, dass euer Team gewinnt. Dadurch dauert das Ganze länger. Kann dann sein, dass zwei Teams epischen Sieg holen. Dadurch dauert das ganze Turnier länger. Natürlich, die Teams, die draußen sind, können natürlich dann gehen und machen, was sie wollen. Aber ich meine, die Teams, die dann weiterkommen. Also, bitte nehmt euch Zeit. Kann auch sein, dass es bis 19 Uhr dauert. Ja, zu den Regeln. Also, ich werde mit denen in einem Team dabei sein. Also, ich werde mit mir sozusagen, ich werde in jedem Team dabei sein. Weil ich bin derjenige, der das ganze Livestream. Ich werde, ich muss, ich muss ja die Zuschauer unterhalten. Und ihr kommt dann einfach, ich sage, ich werde dann die Teams auslosen. Also, ihr habt Zeit, ist auch gut zu hören, bis morgen um 13 Uhr. Morgen ab, also ab 13 Uhr, also ab 9, also ab morgen, die Leute, die ab 13 Uhr schreiben, ich nehme teil, nehmen automatisch nicht mehr teil. Deswegen lade ich das Video heute sehr früh hoch. Ihr habt heute den ganzen Tag Zeit, um zu überlegen, schaffe ich hier Samstag, habe ich Zeit, habe ich keine Zeit. Also, ich nehme teil, euren PSN-Name, 2 Stunden circa mit rechnen. Die Teams werden morgen ausgelostet im Video. Ich werde jetzt alle Teilnehmer gleich aufschreiben. Wenn ich das Video hochgeladen habe und die Teilnehmer langsam, langsam schreiben, werde ich die ganzen Teilnehmer dann aufschreiben in einen Zettel und die dann morgen im Video auslosen. Ja, das Team muss auf jeden Fall 5 Kills in einer Fortnite-Runde haben. Also, das Turnier wird so ablaufen. Ihr habt 2 Runden. 2 Runden habt ihr. Da müsst ihr alles beweisen, was ihr drauf habt. Das Team muss, wie gesagt, mindestens 5 Kills haben und bis zu den Top 20 kommen. Mindestens muss euer Team bei 20 Gegnern kommen. Mindestens. Dass da oben rechts halt 20 stehen. Mindestens. Ja, 21, 22 wäre auch okay, aber ab dann nicht mehr. 5 Kills bis 20 Gegner. Das ist das Wichtigste. Ja, das war's so zum Turnier. Wie das ablaufen wird, 2 Runden. Ähm, ihr müsst halt, ihr müsst, wenn ihr in der ersten Runde verkackt, dann müsst ihr in der zweiten Runde alles geben. Dann müsst ihr wirklich einfach alles geben, was ihr könnt. Ähm, ja, 5 Kills dachte ich mir, es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, weil ihr seid zu viert. Wenn jeder einen Kill macht und noch einer einen Kill macht, habt ihr eure 5 Kills. Also es wäre sinnvoll, wenn ihr am Anfang nicht so pusht, dann aber irgendwie die 5 Kills habt. Wenn ihr 4 Kills habt, seid ihr nicht draußen. Gar kein Fall. Ihr habt nur noch die zweite Runde Zeit, um das zu verbessern. Also, Samstag, 16 Uhr, circa 2 Stunden, 5 Kills und Top 20. Das war's. Das ist das größte, das Wichtigste. Das ist das Wichtigste zum Turnier. Teilnehmen, wie gesagt, ganz easy. Ich nehme teil, eurem PSN-Name dahinter und automatisch nehmt ihr dann mit teil. Ja, ähm, ansonsten war's das. Ich würde, ich freue mich mega. Ich bin mega aufgeregt. Ja, aber wenn ihr dann, ähm, wenn halt das andere Team dran, äh, dran ist, kein Problem. Ihr könnt so lange euch ein bisschen entspannen, noch ein paar Runden Solo spielen. Aber bitte erst in die Party kommen, wenn ich euch aufgerufen habe. Also den Livestream dauerhaft bitte anhaben. So, ansonsten, das war's. Ich freue mich mega zum großen Fortnite-Dolier. Ich habe jetzt sechs Minuten gesprochen, aber es ist im Endeffekt sehr wichtig, weil das ist einfach wichtig für mich. Bitte nur schreiben, wenn ihr wirklich teilnehmen könnt. Ihr habt bis morgen um 13 Uhr Zeit, euch das zu überlegen. Nehmt mich teilen, nämlich nicht teilen. Ich sag euch eins, es würde sich sehr, sehr, sehr lohnen, teilzunehmen, weil sowas selten kommt. Und D, sowas macht unheimlich Spaß. Man ist aufgeregt und ich möchte einfach mal ein bisschen Fortnite noch mehr in Hype bringen. Also, morgen kommt das nächste Video. Da, wo die Teams ausgelost werden, ich werde einen Zettel alle einzeln euch aufschreiben. Eure PSN-Name werde ich aufschreiben. Und morgen im Video werdet ihr dann erfahren, mit wem ihr in einem Team sein werdet. Auf jeden Fall ist es klar, dass ihr immer mit mir in einem Team sein werdet. Es kommt halt darauf an, wer die anderen drei sind. Das ist das Spannendste. Okay, ich freue mich mega, morgen auszulosen, wer mit mir, also ich werde mit jedem in einem Team sein, aber wer mit euch, wer, ihr werdet ja alle gemischt sein. Ich kenne auch viele Crew-Leute, die sich in real life kennen, die beste Freunde sind. Vielleicht trifft ihr eure besten Freunde. Wäre natürlich sehr geil, weil ihr mit eurem besten Freund am besten spielen könnt. Wenn das so der Fall sein sollte. Okay, bis Samstag um 16 Uhr. Ich bin aufgeregt, ich freue mich. Haut rein und bitte bis morgen 13 Uhr. Und alle, die ab 13 Uhr schreiben, werde ich ignorieren. Und die werde ich auch nicht mehr daran nehmen, weil ich morgen dann um 13 Uhr das nächste Video aufnehme. Haut rein und tschüss. Bis Samstag.